Ha ha ha, abgeseilt. Oh oh, du hast keine blaue Mütze mehr. Was ist da alles? Wahrscheinlich zwei Infanteristen. Zwei mit einem bösen Granatwälfer, den will ich finden. Was war nochmal das Gegenstück der Sowjets zum ÖRM1? 6G30. War das der 6G30? Ja. 6G30s? So wie so Schilka-Style mäßig montiert? Ne, das wäre dann 6G30-6. Also die sind links am Strand stehen die gerade? Ja, links von dir. Genau links von dir. Ja. Unaufmerksam. Der P ist gleich weg. Der hat doch keine Schützen mehr. Jetzt kommen sie angelaufen. Beim Bus läuft auch noch einer. Das ist ein Civi. Neu, lebe erstmal aus dem Wehen. Wir kommen da links hoch. Jetzt sind sie direkt an der Esko. Jetzt sind sie direkt an der Esko. Noch wer? Der LKW-Fahrer könnte vielleicht mal holen. Ne, das ist da. Ja? Hatte der nicht ausgeladen? Ne. Der Brände hatte ausgeladen. Ah, ja. Ok. Der Apache, da ist das unser? Hast du gerufen? Ja, ja. Ja, dachte ich ist ein guter Support. Ich glaube wir passen alle in den UBC. Danke. Oder in den Bus. Stimmt. Also ich möchte gerne Bus fahren. Ich glaube es ist sicherer nicht. Glaube ich auch. Hey, ich war der Einzige der kaputt gelebt hat. Ja, weil du fernabes Geschehen warst. Soviel zu dem Thema. Was? Es ist vor das Auto gelaufen. Nein, ich stand dahinter. Ich habe einen Fahrgast. Halt! Noch ein Fahrgast. Ach, blöd. Wir haben nur noch einen Hubschrauber. Ähm. Was? Wie? Was passiert? Was, wenn ich draufgefahren? Das war gerade sehr fassend. Auf diese zwei MG-Schützen. Ja, lass den Hubschrauber. Vier. Aufsitzen, hopp. Hopp. Bell. Während der Wind ausschauen. Ne dem fernab hungwagen. Auf die Red, das heißt den Hubschrauber,